Herzlich willkommen im Internet. Heute eine Meldung aus Tübingen. Erneuter Lockdown trotz erfolgreichen Tübinger Modellversuchs. Tübingen verdaut den Schock kaum, schon wieder voll im Lockdown. Obwohl sich Boris selbst beschwerte bei Angela Wallia. Die Werte im Stadtgebiet unter den Grenzen, Lagen und die Inzidenzen, wie die Ergebnisse belegten, sich unter den des Kreises bewegten. Es ist wie bei Hashtag alles dicht machen. Hier können jetzt alle nicht lachen. Es ist wie bei Jan Josef. Definitiv. Erst liefers gut, dann liefers schief.